Wie du deine Attraktivität steigern kannst, sechs Dinge, die bei jedem Mann funktionieren. Punkt Nummer eins, unterlasse ab jetzt alberne weibliche Emojis. Ich sage nicht, dass du keine verwenden sollst, denn über Text kannst du mit Smilies Emotionen transportieren. Aber schau, dass du da nicht so weiblich rüberkommst. Was heißt weiblich, wenn es so einen Eindruck macht, als wäre, würdest du Devote sein oder Devote schreiben. Und das sind immer so Smilies, dieses Bit, wenn du mit diesen Händen bittest, dann diese komischen Affensmilies oder solche rot werdenden Smilies. Verwende sowas tendenziell nicht, denn als Mann willst du immer noch männlich rüberkommen. Wenn eine Frau eine Freundin sucht, mit der sie sich unterhalten kann, austauschen kann über Gott und die Welt, dann ist es was anderes. Aber wenn du mit der Frau auf einer sexuellen Ebene Kontakt knüpfen willst, dann geht das nur, wenn da ein bisschen Spannung ist, wenn sich die Frau nicht so extrem wohl fühlt, wie mit ihrer besten Freundin, mit der sie dann über Hinz und Kunz redet, sondern sie will dich als Respektsperson wahrnehmen. Und wie geht das? Da sind wir auch schon bei Punkt zwei. Nur wenn sie sich ein Stück weit unterlegen fühlt, also wenn sie zu dir aufschaut, gib ihr also das Gefühl, dass du jemand bist, der sie in deine Welt reinziehen kann, der etwas zeigen kann, was sie noch nicht kennen. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass du gerne angelst oder dass du gerne Kampfsport machst oder dass du gerne tanzt oder was auch immer. Unterlasse das nicht, dass du ihr das zeigst, weil du denkst vielleicht, das ist nicht interessant für sie. Selbst wenn du noch Schach spielst, dann nimm sie gerne mal zu einem Schachturnier mit. Ich bin letztens mit meinem Date an einem Späti in Berlin vorbeigelaufen und die haben draußen die ganze Zeit Schach gespielt. Und war auch interessant. Hätte ich, wenn ich Interesse an Schach hätte, auch machen können mit ihr. Versuche solche Dinge nicht zu negieren. Führ sie ein bisschen in deine Welt ein und dann wird sie mir sagen, okay, das ist ein bisschen besonders. Der zeigt mir was Neues, was ich so noch nicht kannte und sie fühlt sich dadurch etwas unterlegen bzw. schaut zu dir auf, lernt etwas von dir und dadurch wirst du automatisch attraktiver. Achte auch auf dein Schreibverhalten, vor allem in der Kennenlernphase. Schreib nicht jeden Morgen guten Morgen, schöne Frau oder am Abend dann nochmal guten Abend oder schlaf gut. Mach das nicht. Das ist einfach, es wirkt sehr try hard, so als würdest du zu schnell zu viel Aufmerksamkeit wollen. Und das verschrickt immer die Frauen, denn die merken, warum ist der so schnell so bedürftig oder schreibt so viel. Selbst wenn du länger was mit der Frau zu tun hast oder sie schon im Bett gehabt hast, übertreib es nicht damit. Im Optimalfall schreibt die Frau dir immer ein bisschen mehr als du, aber du solltest nicht derjenige sein, der sich in der Verantwortung fühlt, das tun zu müssen. Denn es ist nichts anderes, als was dahinter ist. Du machst das ja dann nur, weil du denkst, die Frau erwartet es. Und das ist ja auch wiederum schwach, weil du dann dich dem Rahmen der Frau unterwirfst oder da einfügst, anstatt einfach dein eigenes Ding durchzuziehen. Und warum zielst du nicht dein eigenes Ding durch? Weil du Angst hast, die Frau zu verlieren. Wenn du aber keinen Bock hast, der Frau großartig zu texten, dann mach es einfach nicht. Glaub mir, du wirst die Frau nicht verlieren, nur weil du jetzt einmal am Tag weniger geschrieben hast oder so. Und die paar wenige Frauen, die darauf bestehen, dass du das jeden Tag machst, die kannst du sowieso in die Tone kicken. Denn das sind keine gesunden Frauen, die rauben dir nur unnötig Zeit und Energie, die du in andere Frauen oder andere Dinge besser investieren kannst. Achte auch darauf, dass du positiv rüberkommst. Wenn die Frau dich fragt, wie dein Tag war, dann sollst du nicht krummeln und sagen, Ich habe schon bessere Tage gesehen oder ich habe heute so schlecht geschlafen. Das will keine Frau hören. Frauen wollen mit dir Zeit verbringen, weil sie erwarten, dass du ihnen positive Gefühle gibst. Und wenn du nur rumjammert und meckerst, dann ist das nicht sehr männlich. Selbst wenn du wenig geschlafen hast oder selbst wenn du einen schlechten Tag in der Arbeit hattest, dann behalte es für dich, konzentriere dich auf die guten Dinge. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, dann meditiere davor nochmal, mach noch ein bisschen Sport, bevor du die Frau triffst, dann kommst du wieder auf andere Gedanken, kommst mehr in dein Körpergefühl hinein. Oder aber auch, was immer sehr gut hilft, ist, wenn du vor dem Date noch drei, vier andere Frauen ansprichst, dann kommst du in so ein Momentum rein, wirst lockerer, vielleicht hast du sogar noch eine Nummer geholt und kommst allgemein sozialer und mehr flirty rüber. Und das werden die Frauen mögen. Die werden es vielleicht nicht mögen, wenn du ihnen erzählst, dass du vor dem Date noch drei andere Frauen angesprochen hast. Aber die werden diese Stimmung, diese positive Energie mögen, wenn sie merken, hey, okay, irgendwie der Typ, der hat etwas. Aber das geht nicht, wenn du so wie so ein Jammerlappen dann auftrittst und negativ bist. Und das wird nicht funktionieren. Keiner erwartet von dir, dass du immer gut drauf bist. Aber geh davon aus, wenn du mit der Frau Zeit verbringst, dann willst du ihr etwas geben. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Zieh nicht so viel Energie. Gib ihr etwas. Gib ihr ein Kompliment. Versüß ihr den Tag. Schau, dass ihr eine gute Zeit habt. Denk nicht so daran, oh, bitte, bitte, kriege ich jetzt Aufmerksamkeit, kriege ich jetzt die Nummer. Akzeptiere sie mich, lieb sie mich. Versuche nicht irgendwie, deinen Wert zu sehr abhängig zu machen. Es ist ganz menschlich, dass wenn du als Mann von einer Frau ein Kompliment bekommst oder wenn du mit der Frau ein Date hast auf einmal oder mit ihr in der Kiste landest, dass du dich dann gut fühlst. Die Natur bedankt sich bei dir, dass du deinen Job erfüllt hast. Aber mach deinen Selbstwert nicht zu sehr davon abhängig. Wenn du das nämlich tust, dann wirst du immer so jemand sein wie so ein Bettler rüberkommen, der selbst nicht zu viel zu geben hat. Geh immer in das, wenn du eine Frau ansprichst oder wenn du mit ihr auf einem Date bist, mit der Erwartungshaltung ran. Hey, alles kann, nichts muss. Die Frau, die muss mir keine gute Zeit schenken. Ich schenke mir selbst eine gute Zeit. Und vielleicht ist es ja die Frau, die mir noch ein bisschen mehr gute Energie gibt. Und wenn nicht, dann die nächste. Aber ich will der Frau erstmal selber gute Energie geben. Nicht auch ständig sie mit Fragen durchlöchern, sondern was von mir beisteuern. Denn dann erst hat die Frau auch die Möglichkeit, sich zu öffnen, sich auf deine Welt einzulassen und ist eher gewillt, als wenn du wie so ein Bittsteller ankommst. Also gib dir etwas, nimm erst, nachdem du etwas gegeben hast. Aber mach nicht den Fehler, dass du indirekt, indem du denkst, hoffentlich kriege ich jetzt die Nummer, hoffentlich wertet sie meinen Tag auf, weil sie sagt, ja, das ist gut, dass du das gemacht hast. Wenn du so noch in diesem Mindset bist, dann hoffe ich, dass dir drei, vier Frauen hintereinander sagen, wie scheiße du bist und dass du es nicht bringst, weder im Bett, noch auf dem Date, noch beim Ansprechen, dass das Mann nicht macht, damit du so abhärtest, dass du merkst, du brauchst das gar nicht. Und dann bist du erst viel angstbefreiter, lockerer. Aber da musst du halt erstmal durch den Schlamm gehen, damit du diese Unabhängigkeit hast. Denn nichts anderes ist es. Es geht um Unabhängigkeit. Und wenn du diese Unabhängigkeit an den Tag legst, dann kannst du der Frau auch erst etwas geben. Und was du natürlich immer machen kannst, ist, dass du etwas langsamer und deutlicher redest und mit einer etwas tieferen Stimme. Die meisten Männer reden sowieso ein bisschen zu hoch, weil sie einfach nicht mit ihrer natürlichen Stimme reden, weil die immer so ein bisschen im Stress sind. Und das wirkt automatisch unattraktiver. Auch wenn du grundsätzlich ein Typ bist, der eine hohe, piepsige Stimme hat, versuch mal, wenn du Sprachnachrichten machst, wenn du telefonierst oder wenn du mit Frauen zu tun hast, allgemein ein bisschen entschleunigter zu reden, etwas langsamer und deutlicher, so wie ich das jetzt gerade auch mache. Das mache ich vor allem oft bei Sprachnachrichten. Und so oft habe ich schon Komplimente dafür bekommen. Schick mir gerne noch mehr Sprachnachrichten. Die machen mich an oder die klingen so wohlig. Warum? Weil wenn du etwas ruhiger und tiefer redest, wirkst du sicher und entspannt. Und gleichzeitig natürlich auch Testosterongeladener, weil grundsätzlich der Frau, wenn du eine tiefe Stimme hast, signalisiert es ihr, dass du ein Testosterongeladener Mann bist. Und das wirkt ja sowieso immer attraktiv. Genauso wie wenn eine Frau sehr hoch redet oder piepsig oder grundsätzlich eine sehr feminine Stimme hat. In der Regel ist das auch anziehender, als eine Frau, die so tief und verraucht redet, als hätte sie gerade drei Zigaretten geraucht. Das ist auch nicht so anziehend. Und du wirst merken, du musst dich da nicht großartig verstellen. Denn wenn du nur eine ein bisschen tiefer und langsamer redest, dann ist es oft auch natürlicher. Nur du musst dich daran gewöhnen. Und mir ist auch durchaus bewusst, dass es verdammt hart sein kann, gut mit Frauen zu werden. Deshalb klick auf den Link unter dem Video und melde dich für ein kostenloses Erstgespräch an, um mit mir gemeinsam herauszufinden, wie auch du die Frauen bekommst, die du wirklich willst, ohne ständig abgelehnt zu werden. Bis dahin.